Wir kommen zu einem Künstler, den wir lange nicht mehr gehört haben. Ja doch, 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 tatsächlich. Ein halbes Jahr haben wir den nicht gehört. Kennt ihr noch? Ich bring das nach Bayern. Das war lustig, Alter. Das war so ein bisschen an Poland die Anlehnung zu der Zeit. War das echt vor sechs Monaten? Das ist sehr verrückt, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall sehr verrückt. Auf jeden Fall, der Bré, der Skrkobain, hat nämlich auch mal wieder einen Song draußen. So High heißt der Song. So High, wer mal einen guten Hip-Hop-Film gucken möchte, unbedingt So High heißt der auf Deutsch, aber How High auf Englisch. Unbedingt gucken. Sehr geil. Oh, wir haben hier sogar noch eine Produktion von Stickle. Stickle hatten wir vor ein paar Wochen mit Nisi und Lucio, glaube ich. Bin ich mir aber gerade nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall hatten wir Stickle und Skrkobain hat das Ganze auch produziert. Auch natürlich bekannt ist natürlich der große Song von ihm gemeinsam mit Mark Forster und Chiago war das, ne? War das nicht dieser Toyota-Song, ne? Da war ja auch noch was. Okay, So High, Mix von Stickle und Master ist von Mixed by Dom. In Ordnung, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Spaß. Dieser Toyota-Song. Ja, ja. Ja, ja. Das erinnert mich gerade an, ey Mann, wo ist mein Auto? Ey, guck, steht auf deinem Rücken. Was steht auf deinem Dude? Ach so, es geht einfach darum, dass er einfach, ah, so ein bisschen wie Afro, wie hieß er nochmal? Afro-Man? Because I got high. Ich hab's leider nicht geschafft, denn ich war wieder zu high. Und, ne? So in diese Richtung, oder? Ich werd ihn nicht bewegen, weil ich bin so high. Ich bin so frei. Ich wollte dir etwas sagen, hab's vergessen, bro. Because I got high. Da! Das ist sogar das Sample im Hintergrund. Because I got high. Ja, okay. Geil. Sie sagt, komm doch mal bitte zu mir, kann grad nicht. Because I got high. Ey, ey, ey. Das ist genau, wie ich mir dachte, ne? Die benutzen ihn als Sample und er erzählt jetzt, warum er zu high dafür ist. Okay. Fühl ich eigentlich die Idee. Warum machen das eigentlich so wenige Leute? Ja, ich hab nicht mal die gleichen Socken an, weil, Bruder. Ey, ey. Ja, weil ich war so high. Ja, ich war so high. Ja, ich war so high. Ja, ey, ey. Es blaue Takis chill daheim. Das ist halt der Preis. Ich hab heiß Hunger auf mehr, als was du weißt. Das ist meine Prime. Ich hol mir noch ein Prime. Bruder, das ist alles so Y2K, ne? So richtig 2000er-Vibes im Video und so weiter. Werd die Whip nicht mehr lenken, weil ich bin zu high. Du hast recht, man verändert sich. Glaubt, das ist der Hype. Mmh. Was wollte ich sagen? Hab vergessen. Tut mir leid. Ich kenn Chias gut verteilt. Aber heut bleib ich allein. Weil die Whip bleibt da, wo sie ist. Ich komm dann... Bruder, jetzt hab ich so Bock, so diese ganzen alten Kiffer-Filme und so weiter zu gucken, ne? Ey, Mann, wo ist mein Auto? War auch so ein Klassiker. How high? Dieses Ding da mit Snoop, wo er Pilot ist. Oder, äh... Boah, wir haben vor ein paar Tagen Scary Movie 4 oder welches geguckt. Mit Mac Miller und Snoop Dogg, Mann. Ach, das sind, das sind, das sind Erinnerungen, Mann. Nice. Soulplay. Oh, Mann, Dicker. Fuck, meine Whip bleibt stehen, weil ich bin so high. Hab kein Zeit, geh, 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 geh. Haul noch einen an und der Benza ist weiß. Weiß. Doch werd ihn nicht bewegen, weil ich bin so, ich bin so. Ich wollte etwas sagen, hab's vergessen, bro. Ey, ey, ey. Sie sagst, komm doch mal bitte zu mir, kann gar nicht. Ey, 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 ey. Ja, ich hab nicht mal die gleichen Socken, Anwalt, Bruder. Geile Karre, sowas hab ich auch. Echt? Ich bin kein, kein, kein... Nein. Es geht nur um, äh, Benza. Was ist denn hier los? Ach, der will das kaufen, oder? Wir kaufen... ...die gleichen Socken, Anwalt, Bruder. Ja, weil ich war so high. Ja, ich war so high. Ja, ich war so high. Ich liebe es. Ich liebe es. Stickel, ich liebe dich. Wenn das von dir war. Keine Ahnung, wer das Outro gespielt hat. Ich liebe es. Hat so ein bisschen so analog-Synth-mäßig, ne? Ei, 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 ei. Ha, hat Spaß gemacht. Warum gibt es so wenig so Themen-Songs? Macht doch voll Spaß, Alter. Ungelogen, ne? Bis heute hab ich noch keinen gefunden, der diesen Beat benutzt. Dabei gibt dieser Beat eigentlich genau das gleiche her, wie der gerade eben von Dingens. Ich liebe es. лин ... ... ... Bis zum nächsten Mal.